Meter Trains. Was ist das? Betrug. Ganz einfach. Da wird nicht gehandelt. Kein Cent von dem Geld wird investieren. Es ist Betrug und ihr Geld ist erstmal weg. Aber welche Möglichkeiten gibt es, dass ihr Geld zurückgehalten könnt? Das ist ja die wichtige Frage. Das will ich Ihnen gerne verraten. Aber erst am Ende dieses Videos, schauen wir uns dieses Video bis zum Ende an. Da sage ich Ihnen, welche Möglichkeiten es für Sie gibt, dass Sie wieder an Ihr Geld rankommen. Hallo, ich bin Annegaren Mart, Jochen Rasch. Thema Metatrades. Das ist eine reine Fantasienummer. Nichts ist echt. Kein Cent von dem Geld wollte jemand investieren. Alles ist gleich in die Tasche eine Betrug geflossen. Da gibt es zwar eine Supportnummer aus England, aber da in England ist nichts. Das ist alles Lug und Trug. Kein Sein-Nur-Schein. Schall und Hau. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei und denken, eine Stabarzeige reicht. Das reicht nicht. Eine Stabarzeige dient der Bestrafung der Täter. Aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir machen es nicht vor. Wir verfolgen den Sprint des Geldes. Und wir sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen wollen, wie wir das machen und was wir machen, können Sie mich gerne anrufen unter 0308859770 oder besser noch, gehen Sie von der Webseite. Folgen Sie den Link, gehen Sie von der Webseite und lesen Sie den Artikel zur Metatrades. Da finden Sie noch viel mehr Informationen, als ich sie Ihnen in diesem kurzen Video geben kann. Sie können aber natürlich dann auch den Fragebogen ausfüllen. Es gibt einen Fragebogen. Füllen Sie den Fragebogen also aus und dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung. Sie sagen Ihnen konkret, was wir tun können, was es kosten wird. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten, ob Sie Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können und wissen, warum es für Sie das richtig ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017